Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together mit meinem guten Kumpel Gabba. Wir tun immer so, als würden wir uns mögen, aber hierfür den Kollegen wisst ihr gar nicht, wie wir uns aufs Maul geben. Ich wollte gerade sagen, Kumpel, was soll denn das heißen hier? Spiel ihr so laut? Ja, ich bin Lord Dashforth und... Lord. Lord, ja, das habe ich selbst hinzugeben. Der Schnauz ist Lord. Das ist einfach Lord. Ja, total. Ich bin Scampic Hayabusa, würde ich mal sagen. Ja, willst du kurz was zu dem Spiel sagen, um was es geht? Das sieht man dann. Das können wir auch so machen, aber auf alle Fälle, ihr seht, es ist ein Theaterstück. Ich deute gerade mit den Händen hier auf die Vorhänge, was ihr natürlich nicht seht. Ich seh's. Schon mal wunderschön. Wir machen's wie bei Magica, es wird keine Begrüßung und Abschied geben während der einzelnen Folgen. Das hier ist die einzige Begrüßung, die ihr kriegt. Ah, nee, stimmt nicht. In einer Stunde kriegt ihr wieder eine. Ja. Aber fangen wir in dem Fall einfach mal an. Richtig. Yay. Oh, verdammt. Was ist das? Akt. Gut, äh, fangen wir doch mal an, he? Akt 1. Juhu. Ich habe keine Ahnung, wie man spielt. Wirklich nicht. Null. Ich auch nicht. Ich hoffe, dass es dein Tutorial ist. Ich hoffe es auch. Pech. Oh, Dashvater Horatio Dashford war Pionier auf dem Gebiet, der... Okay, das ist... Das ist viel zu schnell, doch. Ah, das ist auf Deutsch. Ja. Ja. Ich habe gedacht, wir sind alles auf Englisch. Oh, ich weiß nicht, wie ich den Scampic... Es gibt keine Vertonung, das heißt, Kappa und ich werden euch beehren, mit unserer Stimme das Ganze nachzusprechen. Ja. Guten Abend, ich bin der berühmte Dämonologe Baron Dashforce. Siehst du, Baron. Immerhin. Ja, nicht Lord. Ich jage die finsteren und monströsen Dinge auf dieser Welt. Auch gerade. Überhaupt nicht irgendwie. Ja, und guck da, wer meine Schuhe pustet. Klischeehaft. Ja. Alter. Ich habe mein Leben dem Bannen des Unsäglichen gewidmet und heute Abend will ich Ihnen von meinen Abenteuern erzählen. Hm. Dies ist meine feste Absicht. Sie werden alles erfahren, das verspreche ich. Hm. Sie. Sie werden es mir vielleicht nicht danken. Ich bin voll nebensächlich, Mann. Mr. Scampwick. Yes, Sir. Oh, wie geil. Okay, du hast die bessere Waffe. Aber voll. Du bist Schornsteinfeger, oder? Ich bin ein Ninja, Mann. Schau mal, wie ich meinen Schornsteinfeger sick halte, Mann. Es war in Kairo, 1895. Ich hatte gleich den Verdacht, es gehe etwas mit rechten Dingen zu. Nicht mit rechten Dingen zu. Ey, ich bin Anti-Dämonologe. Ja. Oh, es geht gleich rein. Dashforth. Es ist gleich hinter der nächsten Anhöhe. Achso, den darfst du sprechen, glaube ich. Was? Nein, red du nur. Ja, du darfst den Rest sprechen, weil ich bin ja schon der Hauptcharakter. Ja, du bist genau... Boah, wie geil, dass mir die Kulissen gemacht ist. Aber voll. Okay, also mit X kann ich zuschlagen. Ja. Dann rückst du dann auch. Man kann mit allem zuschlagen, außer mit A, da kann man springen. Ah, nee, B, das weiß ich noch. B ist Parade, das ist ne Parade. Wir sollten weiterlaufen, glaube ich. Das ist ne Parade, Mann. B ist ne Parade, super. Ja, weiß ich nicht. Skelett, kann schliesslich werden. Ah. Super, wir müssen ins Rampen. Das ist nicht dein Platz, geh weg. Doch. Willst du etwa rebellieren? Schau, es ist dein Weg. Leroy Jenkins, was? Nein. Ah, ein Hinterhalt! Oh mein Gott. Bei die! Komm, du musst ihn sprechen. Nein! Der ist dick. Halt, dann mach ich halt. Du bist fett. Frei Haus geliefert, wie abgemacht. Ich erwarte eine großzügige Entlohnung. Ausgezeichnet. Wollen sie uns etwa ausrauben, Gentleman? Jashford. Wir wollen sie zunächst einmal töten. Und dann ihre Leiche zu fledern. Achso, ich muss reden. Yay. Klassische Whitechapel. Was? Whitechapel-Türstenfalle, Sir. Hätte ich früher wissen müssen. Ich kann kein A drücken. Was? Nein, hast du deinen Controller zu spät eingeplagt? Nein, du musst drücken. Echt? Achso, ich muss drücken. Alter. Also, ich will nur anmerken, dass es mir in den viermalen, den ich in Kairo war, auch jedes Mal passiert, solche Zwischenfälle. Wir können dem Guten wohl nicht übel nehmen, das zu versuchen, Mr. Scambrick. Bringen wir es schnell hinter uns, Dashford. Oh, genau das habe ich vor. Yay. Aus dem Haul. Boah. Alles daneben gehauen. Bist ja auch ein Primal, Alter. Boah, der wollte sich gerade schlagen. Oh, wie geil ich mit dem Besen umgehebe. Boah, hast du das gesehen? In der Luft kannst du auch noch diesen, kannst du noch so in der Luft mal... Oh, wie geil. Oh, wie geil. Ah, mir gefällt das Spiel schon jetzt. Wee, 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 wee. Hast du den im Hintergrund gesehen? Ja. Ja. Ey, hier ist auch geil. Ganz normaler Tag in einem englischen Theater. Ja. Folgen Sie den Spuren des Fremdenführers, Mr. Scambrick. Das ist unsere einzige Chance, dieser verflixten Sandgrube zu entrinnen. Spielst du laut? Wow. Ah. Ah. Die dürfen wir schlagen. Achtung, die Haradrim greifen an. Oh shit, dann erwischt. Achso, mit dem Y kann man auch... What the fuck. Oh, du... Oh, Kombo. Endgut. Nein, nein, nein. Armbach zu nachher. Sag mal, kann man denn schlagen, wenn man so springt und dann eher Right Trigger drückt? Kann man denn noch mal zuschlagen? Ich hab keine Ahnung. Boah, wie das Bühnenbild immer wechselt, ist geil. Aber voll. Ah. Ey, der wirft mit was. Ah, der wirft mit Wurfmesser. Aufs Maul. Guck mal, wie du das Publikum hier zubübeln. Aber voll. Ich glaube, wir dürfen uns nicht treffen lassen, dann kriegen wir eine bessere Score. Oh, pariert. Und die Kombo. Ah, super, Saiyan. Du Kinder. Wie ich in der Luft bleibe. Guckt ihr das an, mal 22. Du bist ein Gott. Ich bin ein Gott. Aber voll. Ich bin gerade geblieben. Ah, wie geil. Du musst da weg, Alter. Ah, da kommen sie. Ah, nice, fucking. Aber voll. Also parieren, das ergibt mehr Punkte, als wenn du einfach nur unterbrichst, durch selbst geschlagen. Aber die brauchen voll lang zum zuschlagen. Das sind was kacke, die Typen. Ja, das sind ja auch die ersten Gegner. Das sind ja auch praktisch Toriel. Ach, das ist schon der Impos. Ein perfektes Szenenzeichen haben wir bekommen. Whatever. Das sind wohl so Challenges. War es da? Das ist besser. Oh, wie gut. Sag mal, right button tut gar nichts, oder? Äh, den rechten Control-Stick? Ich habe keine Ahnung. Nein, right button. Das ist der mit dem right Shaker. Achso, der RB-Knopf. Achso. Ne, ich habe keine Ahnung. Der macht nichts, ne? Ich glaube, es ist 4 Uhr. Wir sollten T-Trink gehen. Was? Ist es Tea-Time? Ist es Tea-Time? Oh, ganz kurz. Ich muss mal kurz das Spiel leiser machen. Das geht gar nicht. Okay. Das ist voll laut. Ich warte auf dich. Auf Ewigkeit. Kann ich mir die Challenge nicht ansehen? Ne, die Challenge kann man sich nicht ansehen. Ach, wieder alles wartet auf dich, Mann. Oh, die sind aufgewacht. Oh, Alter. In der Mittagsruhe, oder? Es ist Nacht. Ja, es ist Nacht geworden jetzt. Boah, bist du langsam. Ha! 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 Weiter, auf einmal. M.P's. Und den, und den, und den, und den, und den. Sondern auch mit dem Y. Ah, mit dem Y macht man einen schweren Schlag, ja? Wie er sich rumportet. Ich bin voll der Ninja. Ich sag's ja, Mann. Nicht gesehen. Also, das Spiel ist toll. Schade, guck ich so wen in der Wutus. Jetzt könnte ich jetzt ein paar Witze machen. Doch, nee. Oh! Stamphic, wir sollten unserem Freund noch ein paar noch andere Whitechapel-Doräuche beitzen. Kommt drauf an, ob wir eine Socke und Bitterkugeln auftreiben können, Sir. Eindringlinge! Ungläubige! Alarm! Oh Gott. Kennst du das Video mit Alarm, Alarm? Nein. Wissen Sie noch, was ich Ihnen über größere Gegner gesagt habe, Mr. Scambrick? Auf die Whitechapel ziehen sie. Ausgezeichnet, weiter so. Das ist so geil. Oh, fuck. Der hat mich voll erwischt. Oh, du, Nu. Oh, der macht Schaden. Ah, nee, das ist Wattel. Ich glaube, wir dürfen von der Suppe nichts haben. Es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Kennst du das Lied eigentlich? Boah, famos. Nee, ich kenne das nicht. Es ist noch Suppe da? Nein, aber ich kenne es. Jöder meiste, 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 jöder meiste. Schiff. Was? Boah, wie viele die alle fertig gemacht haben. Weiter geht's. Ach, das da oben ist EP, achso. Entschuldige Ausländer verprügeln. Ja, das können die Schweizer immer ganz gut. Nee, nee, nee. Man sieht ja dann aus, wenn die alle aussperren, daran, dass wir gar kein Interesse haben. Kann man eigentlich den großen auch blocken? Hast du schon mal ausprobiert? Äh, ja, kann man. Dann kann man den Angriff von... Ja, aber es gibt ja kein Leben, sondern es geht einfach um die Begeisterung des Publikums, oder? Ja, ich denke mal, wenn die ganz unten ist, dann ist es vorbei, oder? Boah. So ein Gefähr, ja. Weiß nicht, ob man sterben kann. Keine Ahnung. Ich denke mal schon. Aber das Pipo-Komm liebt uns ja, zum Glück. Ja. What? Narren, meine Männer werden euch aus tausend Wunden bluten lassen. Yay, buh! Publikum, oder was? Dashworth, wird dich übel zurichten, Mann! Nicht wahr, Mr. Dashworth. Mr. Scampwick, dieses Kind scheint einen schrecklichen Anfall zu haben. Er ist wohl ein großer Fan von Ihnen, Sir. Heben Sie sich... Oh Gott, meine Stimme. Heben Sie sich... Feier! Heben Sie... Heben Sie den Film zuletzt auf, Mr. Dashworth. Oh Gott, das arme Kind hat wohl die Probleme. Aber voll. Und lassen Sie bis Zepwick dann dorthin treten, wo es weh tut. Yay. Oh Gott. Zu Förderst müssen wir das Publikum für uns gewinnen. Folgen Sie seinem Rat. Ach genau, jetzt gibt es diese Mission, also Boss zuletzt besiegen. Ach so, okay. Gut. Ai, ai, Captain. Bam! Kill it with fire! Ah, 22, 23, 500, 1000! Du kannst doch da auch Ride-Trigger benutzen, um auszuweichen, ne? Ja. Kann man. Muss man aber nicht. Brauchst du, dass mich der Boss haust. Sehr gut. Jetzt haben wir den Boss. Bam! Oh, wie ich dich rette, Mann! Alter, ich hab pariert. Wow. Give him! Give him! Bam! Oh, die sind so gut. Das Publikum liebt das. Alter, hast du mich gerade... What the fuck? Erster. Oh, eine neue Cutscene. Was ist der? Ich liebe das, wie das Bühnenbild hinten wechselt. Aber voll. Rat! Zombies. Gollum. Oh mein Gott. Haha. Arbeiterzombies. Karma, bitch. Von Dämonen besessen. Siren. Siren. Ja, die erinnern mich an die Dämonen von Supernatural. Wer macht den? Tänker nicht sprechen. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Pssst. Ach, du hast den Text vergessen. Hahahaha TOTEN! Oh mein Gott Pfff, heiligen Sie sich Mr. Scampwick! Hier gibt es keinen, pardon! Hahaha, es ist gut! Viel zu gut einfach nur das Spiel Ja, super, super! Aber hey, das sind die, die auch Serious Sam machen, also... Ah, PIP! Was erwartet man? Ich hab keine Ahnung, eigentlich nichts, aber ist okay Was? Ich hab ihn totpariert! WTF? Ich steh auf deiner Leiche Musst du runter auf deinen Platz, da Ist okay Hahaha Gott Das ist doch der, der aus Scorpion King, oder? Nein! The Rock, hör auf! Oh, die schlechteste CGI-Kreatur aller Zeit Aber es sieht auch so aus, ne? Wo bin ich eigentlich grad oben? Oh! Boah, da hat er mich erwischt! Aber er hat ungefähr die Muskelmaße von The Rock, also das kommt ungefähr Boah, der Rock ist noch ein bisschen kräftiger Na, ich hab mir die Combo verpasst! Ja, das 50er wird wohl nix Was? What the fu- Waaah! Waaah! Ah, scheiße! Warte, kill ihn noch nicht, da können wir an den Typen noch die Combo versuchen! Oh! Verdammt! Nein! Ich hatte keinen Gegner mehr, da konnte ich die Combo nicht weitermachen! Nein! Es ist ja weggelaufen! Oh, du! Pimmel, was? Ich glaube jetzt kommen keine mehr Ah, hau ihn um, komm. Oh. Ah, noch. Ah, da kommen neue, okay. Mensch, leg mal kurz ab da. Nein, nein! Au, au, au! Gib ihm, gib ihm! Ich hau auch noch. Den haben wir gleich. Ah, da kommen neue. Ah, ich hab meine Kompo verpasst. Der Typ haut halt immer dazwischen. Wenn du irgendwie bei 15 bist, dann kommt er und haut einmal dazwischen. Ist normal, ist normal. Komm. Er ist ja eigentlich nur der, ah, der Randarbeiter. Stirb! Prüfung nicht geschafft. Ja, das sagt man mir in der Schule auch immer. Was? Oh, sorry. Boah. Ich weiß doch was... Der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Kannst du noch sagen. Der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Sie waren von Dämonen besessen, Mr. Scampway. Zweifellos, zweifellos. Indeed. Ja. Wie es scheint, sind wir hier am richtigen Ort. Seien Sie auf der Hut. Folgen Sie mir. Yay, Zugabe! What? Stirb! What? Was? Was? Ach so, die killen wir jetzt immer mit einem Schlag, oder was? Ah, One-Hit. Okay. Äh, what the... Zeitbonus! Wow. Hat das eigentlich irgendeinen Sinn hier jetzt grad? Pfff. Naja, das ist die Zugabe. Die Leute sollen sehen, wie Leute verprügeln. Hahaha. Also... Das ist verständlich, oder? Boah, sind wir schlecht. Boah, bist du schlecht? Boah. Siehst du, wer der Bühnenstar ist? Ja, ich weiß. Siehst du es? Ich weiß. Schau mal da rechts. Ne crypto die Kohle getestet. Jochen Sarge 1000 ch creatabren oder der Loser. 59 Jahre Euro, wenn man da時候 ist. Ich trência mit der Amber kommtel! Oh replayer! Me casate das jetzt schon...